Toll fragt heute, wofür steht die FDP? Es antworten Parteichef Rösler und, na, der Spitzenkandidat der Dingens. Brüderle, ja, jeder auf seine Weise. Philipp Rösler ist einfach einer, der intellektuell auch anders begeistern kann. Und Rainer Brüderle ist einer, der aus dem Herzen spricht. Genau, der Rösler begeistert mehr so intellektuell. Und dann ist endlich deren rot-rot-grüner Spuk vorbei. Ganz anders der Brüderle, so emotional. Schluss mit dem rot-rot-grünen Spuk. Rot-rot-grüner Spuk. Wir lernen, liberale Positionen schärft man am besten durchs Lesen. Der Jürgen Trittin. Hä? Ist nicht der Robin Hood. Ja, aber über den Trittin wollten wir ja auch eigentlich gar nicht. Er ist der böse Räuber Hotzenplotz. Okay, Trittin ist Hotzenplotz. Und seine Gegenspieler Kasper und Seppel sind dann... Aber jetzt mal zu den liberalen Positionen. Graf Dracula für die deutsche Mitte. Hä? Das ist Trittin. Och, ja. Und für die Jungwähler, Lord Voldemort, ist Trittin auch noch. Aber reden wir über liberale Inhalte. Über... Bei SPD und Grünen. Die roten Grünen. Von rot und grün. Rot, rot, grün. Ja. Die schwarze Roten. Sozialdemokraten, grünen. Rot, grün. Ja, ist ja gut. Die roten, grün. Frau Gabriel und Herr Roth. Ja, der Herr Roth und die Frau Gabriel, die sind echt unheimlich. Aber reden wir doch mal über eure, also über die liberalen Positionen. Mindestlohn. Ja. Ist DDR pur. Ach, Entschuldigung. Diese Position ist schon über ein Jahr alt. Jetzt hat die FDP so eine Art Mindestlohn beschlossen. Erklärt uns doch das einfach mal. Wie kam es denn jetzt zu dieser... Na? Der grünsozialistische Regierung. Schuldensozialismus. Zinssozialismus. Ökosozialistische Hirnspinnerei. Na, man muss es vielleicht auch verstehen. Nächste Woche erklärt uns dafür der neue italienische Ministerpräsident Letta. Europa hat immer große Stärke und große Erfolge hervorgebracht, wenn Deutschland und Italien gemeinsam vorangingen. Seite an Seite. Ja, also muss er wissen.